Herzlich Willkommen! Heute geht es um eine Schnitzübung. Ich möchte ein Gesicht anlegen mit einem Werkzeug. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich verwende den Stich 11 6 mm hauptsächlich zum Anlegen und den Stich 11 3 mm für die feinen Arbeiten. Ich will hier mal an diesem Stück Holz zeigen, wie ich ein Gesicht anlege und zwar nur mit einem Hohlbohrer oder einem Hohleisen. Und ich habe mir dafür dieses Stück Holz gewählt. Das ist ein Abfallstück und ich will ungefähr in der Größe hier so ein Gesicht rausschneiden. Und wie man jetzt sieht, habe ich direkt diese zwei Flächen, die ich am Anfang gerne schneide und das ist ungefähr 90 Grad. Also so ein Abfallstück. Hier sieht man noch Verfärbungen, Risse entsprechend. Hier oben, da habe ich mal irgendwas anderes probiert, was weggeschnitten schon. Also nur so ein kleiner Kopf her, den möchte ich hier mal anlegen. Die Augen, die werde ich ungefähr in die Mitte reinsetzen. Hier vorne bringe ich meine Nase hin. Hier machen wir dann mal den Mund später. In dem Bereich kommt jetzt meine Stirn hin. Hier werden jetzt die Schläfen. Hier oben können wir ihm jetzt irgendeine Frisur noch verpassen, dass hier ein paar Haare runterkommen und so weiter. Hier würden dann die Ohren auch ansetzen. Da konzentriere ich mich aber jetzt natürlich weniger drauf, weil ich mich auf dieses Gesicht konzentriere. Das kann man zum Üben gerne mal in so eine Leiste reinlegen, wo man diese Ecke sich gleich mal zur Nutze macht, um damit sich ein paar Arbeitsgänge zu ersparen. Da muss man nicht so viel wegschneiden. Man sieht jetzt schön, ich kann diesen Hohlbohrer hier benutzen, um in die Tiefe reinzukommen. Und diese Flanken lege ich dann auf die Seite, um auch gleichzeitig die Flächen auszuformen und dass ich hier wirklich auf eine Fläche runterkomme. Weil ich will ja auch von der Seite eine Silhouette sehen. Diese Schrägen hier nach hinten, die nach hinten gehen, sind natürlich wichtig, weil mein Mund ist ja auch rund gewölbt und alles. Und die Augen sitzen entsprechend tiefer. Also da muss wirklich Material in diese Richtung weg. Das macht also absolut Sinn. Damit kann ich natürlich auch die Proportionen ein bisschen üben. Ich habe jetzt von der Seite sehe ich eine Silhouette und ich probiere mal das mal herumzudrehen. Man sieht das jetzt immer noch, da entsteht eine Silhouette und ich habe nur ganz wenige Schnitte gemacht. Das ist also das Ziel, dass ich da wirklich eine Silhouette hinbekomme. Und ich kann eben alles mit diesem einem Werkzeug machen. Wenn ich jetzt noch eins, eine Nummer kleiner nehme, das ist eben genau das gleiche, halt nur ein bisschen schmäler. Da könnte ich jetzt auch direkt den Mund schön anformen. Umrande den hier so ein bisschen. Ich schneide hier mal hoch zur Nase. Hier wird es jetzt ein bisschen schwierig, weil ich es nicht genau sehe. Ich bin immer noch beim gleichen Werkzeug. Also damit kann ich jetzt wirklich hier das meiste machen. Da muss ich mal die Seite wechseln. Man sieht, das macht richtig Spaß, weil ich halt sehr schnell auch vorankomme. Ich kann damit mich noch nicht genau festlegen und dennoch mich rantasten. Und das ist halt eine ganz schöne Sache. Wenn ich halt gerade scharfe Stiche mache, dann muss ich mich ja viel genauer konzentrieren, besser festlegen. Ich kann damit ein paar grobe Schnitte machen. Ich kann damit mal was anlegen. Ich kann jetzt hier die Haare so ein bisschen andeuten damit. Ich kann dem Gesicht Kontur verleihen. Und immer schön mit dieser Flanke arbeiten, dass ich damit wieder neue Flächen ausarbeiten kann. Dann kann ich natürlich auch hier in diesen Schläfenbereich damit so ein bisschen reinschneiden noch. Ja, das ist wirklich das Schöne, dass ich hier diese Kombination zwischen Rundung und Fläche dieses Eisens, das kann ich mir wunderbar zunutze machen. Wenn ich jetzt hier etwas genauer werden will, nehme ich heute den kleineren, damit kann ich nämlich auch mit einem Querschnitt praktisch ja diesen Augapfel verfolgen. Der ist ja auch so eine schöne runde Form und kann ihn jetzt von der Seite her halt diesen Berg da drauf schneiden. Da muss ich einfach hier tiefer reinschneiden und da kann ich gleich die Öffnung des Auges damit markieren. Also mit einem Schnitt hier rüber, zack, oben umrannte ich das wieder, lege das auch wieder auf die Seite und kann damit gleich mein Oberlid andeuten und mit der anderen Flanke das Unterlid. Jetzt steht halt die Kamera direkt davor, dass man das wirklich mal gut sieht, was ich jetzt hier so mache. Jetzt kann ich natürlich wieder das bisschen breitere nehmen, kann jetzt hier das schön umranden. Da habe ich ja erstmal auch eine Wange, die nach hinten geht, bevor das Ohr dann kommen würde. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir schneiden nur mal vorne das Gesicht drauf. Wenn ich jetzt sowas mal einfach nur so machen möchte, dann kann ich damit natürlich auch gestalten, ja, dass ich jetzt zum Beispiel mal so ein Stück Holz mache, wo ich dann mehrere Gesichter reinschneide, verschiedene Ausdrücke oder das gleiche Gesicht, was verschiedene Mimik und Gestik hat. Damit kann man eben wunderbar dann auch üben. Und hier, das ist einfach nur mal so skizzenhaft, ja, also nicht immer verkrampfen und alles 100 Prozent genau. Das Ganze lebt ja davon, dass ich eben auch viel rumprobieren muss, dass ich mir erstmal auch Sachen vergegenwärtigen muss und schauen muss, ja, wie wirkt es, wie komme ich zurecht und ich kann nicht immer nur an fertige Produkte rangehen. Ja, ich muss ja auch irgendwo mich ein bisschen vorbereiten, gerade wenn ich im Hobbybereich bin und natürlich deshalb Übungen nötig habe, muss ich mich ja auch mit sowas hier auseinandersetzen, dass ich da eben schön vorankomme und auch mal zufriedenstellende Ergebnisse erziele und auch mal Dinge ausprobiere, ja. Ja, weil da guckt ja jeder hin. Dann zum Gesicht, das ist ja das, was dann alle sehen wollen. So, wenn ich jetzt sage, hier oben ist ein bisschen zu viel, dann kann ich es wieder schön auf die Seite legen, gleichzeitig in die Tiefe reinkommen. Also es ist ein geniales Werkzeug, wie man sieht. Man kann damit wunderschön das Ganze so vorbereiten und es kriegt auch eine Charakteristik her. Ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Figuren jetzt so lassen, so gestalten, dann kann ich natürlich auch mit diesem skizzenhaften Ausdruck direkt auch arbeiten und sieht das direkt ein bisschen künstlerisch aus, ja. Wenn ich es denn möchte, kann ich das auch so machen. Und wie gesagt, bei den kleinen Feinheiten, dann könnte ich dann den 3mm Hohlbohrer nehmen und sonst zum Anlegen nehme ich halt den 6mm, bin ich sehr vielseitig unterwegs. Wenn ich jetzt in einem weiteren Schritt das genau machen will oder so, dann würde ich jetzt natürlich scharfe Geißfüße nehmen, das Auge besser ausarbeiten damit mit so einem kleinen scharfen Geißfuß. Dann würde ich natürlich Balleisen nehmen und Flacheisen, um einfach das dann, was ich jetzt angelegt habe, halt schön sauber zu schnitzen, ja. Dass das dann gut rüberkommt, klar rüberkommt. Aber wie gesagt, man könnte damit jetzt auch schon arbeiten und hätte eine schöne Gestaltung und das habe ich jetzt in Echtzeit hier gemacht und sieht doch schon ganz ansehnlich aus, ja. Also da einfach nicht zurückschrecken und wirklich mal probieren, ja. Mit den einfachen primitiven Werkzeugen wirklich mal ausnutzen und ran an das Material, seine Erfahrungen machen. Das ist doch wunderschön. Ich kann hier so modellieren, setze Schnitt an Schnitt, kann dann mit den Wangenknochen, der jetzt hier, also so unterm Auge entlangläuft, und sich dann vor dieser Schläfe hervortut. Kann ich es da wunderschön auch modellieren und das so, ja, zum Ausdruck bringen. Mit nur einem Werkzeug ganz tolle Formgebungen auch machen. Ob ich jetzt damit einen Hund oder ein Gesicht ausarbeite, ja, in der Formgebung, das ist jetzt egal, ne. Damit kann man eben wunderbar ganz viel machen und man ist auch nicht so vom Material abhängig, ja. Man möchte ja da immer gerne längs zur Phase glatte Schnitte machen, aber hier kann ich eben auch schön querschneiden. Das geht wunderbar. Die lassen sich auch ganz einfach nachpolieren und schärfen und so weiter, diese Hohlbohrer. Das kriegt eigentlich dann jeder hin, die auch scharf zu machen. Kann man wunderbar mit so kleinen Sachen anlegen, ausarbeiten. Ja, wenn dich das interessiert, kannst du natürlich auch hier gerne ja so einen Kurs belegen und dann kann ich dir genauer erklären, wie du damit zurechtkommst. Wir können das schärfen üben. Wir können natürlich auch solche Gesichter in Serie schnitzen, was du ein paar übst und so ein bisschen Ausdruck hinbekommst. Wir können das auch modellieren. Also guck auf meine Webseite, da kannst du auch gerne so einen Kurs buchen oder mir schreiben. Können wir da auch gerne ins Gespräch kommen. Dankeschön, dass du mit dabei warst und zugeschaut hast. Gib dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das weitergeholfen hat. Schreib auch gerne unter das Video, was du mitgenommen hast, was man anders machen kann oder was du mit diesen Werkzeugen gemacht hast. Schreib das gerne unter das Video. Ihr könnt auch gerne miteinander darüber ein bisschen diskutieren und so weiter. Oder folge mir auch gerne auf Facebook oder Instagram, findest du entsprechend unter dem Video auch verlinkt. Dann würde ich dir natürlich noch empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren, dass du keine dieser Videos mehr verpasst. Unter dem Video ist der Button zum Folgen. Das Ganze ist natürlich für dich klar kostenlos. Ja, dann würde ich mich freuen, dich nächste Woche wiederzusehen zu einem neuen Video. Bis dahin, mach's gut, bis zum Wiedersehen und viel Spaß mit deinen Arbeiten. Mach's gut und ciao.